Gengen Impact hat Patch 1.1 spendiert bekommen und der bringt natürlich viele Neuerungen mit sich. Viele davon sind offensichtlich und groß angekündigt, andere muss man schon ein wenig suchen, aber dennoch bringen diese tolle Vorteile und neue Spielerlebnisse mit sich. Zudem gibt es derzeit gleich zwei neue Gutschein-Codes, die ihr einlösen könnt. Diese ganzen Neuerungen und natürlich die Gutschein-Codes will ich euch hier im Video vorstellen. Neue Charaktere, neue Waffen, neue Legendenaufträge und natürlich die Fortführung der Hauptstory sind die Headliner des Patches. Diese ganzen Inhalte schauen wir uns aber ganz in Ruhe in den kommenden Livestreams zu Gengen Impact an. So auch heute, außerplanmäßig, um 16.30 Uhr. Also könnt ihr jetzt noch schnell ein Abo dalassen und künftig dann auch keine Videos und Livestreams zu Gengen Impact und den anderen Games hier auf dem Kanal verpassen. Vielen Dank schon mal dafür. Wichtig zu erwähnen ist zudem, dass der Season Pass jetzt fortgeführt wird. Ihr findet ihn wie gewohnt wieder oben unter den Symbolen und dann könnt ihr dort entsprechend wieder durch diverse Aktionen Punkte sammeln und Belohnungen freischalten. Es gibt kleine Änderungen bei den Anforderungen hier zum Harz. Das waren glaube ich mal 1500. Jetzt sind es nur noch 1200 pro Woche, um dann diese Belohnung freizuschalten. Ist also so ein bisschen aufgelockert worden ansonsten. Allerdings kennt ihr das natürlich schon. Zudem gibt es jetzt neue Login-Belohnungen. Das Carpe Diem Event ist entsprechend wieder da und fürs Einloggen innerhalb der 14 Tage, wenn ihr es da schafft, sie mal einzuloggen, habt ihr dann alle Belohnungen hier. Darüber hinaus gibt es wieder einen neuen Probelauf für die aktuellen Charaktere in den Gebeten bzw. Bannern. Und die könnt ihr dann wieder abschließen für neue Belohnungen und natürlich, um ein wenig die Einblicke zu bekommen, was die denn so drauf haben. Interessant ist zudem natürlich für alle, die es geschafft haben, vor Patch 1.1 Stufe 20 zu werden. Amtenteurer Stufe 20. Red mir nicht dazwischen. Ich erkläre hier, ja, da bekommt ihr nämlich Barbara. Könnt ihr einsammeln. Tada! Und dann in dem Fall habe ich sie natürlich schon. Wer sie noch nicht hat, ist eine Top-Heilerin. Habe ich im Einsatz eigentlich dauerhaft. Und dann könnt ihr die entweder aufleveln oder eben in euer Team integrieren. Weniger prominent stehen allerdings eben auch enorm wichtige Neuerungen in den Patch Notes. Und allen voran starten wir mal hier mit der Map. Die hat eine sehr, sehr geile neue Funktion drin, die ich ehrlich gesagt vermisst habe schon von vornherein. Wir haben jetzt hier, wenn man ganz rauszoomt, in den einzelnen Gebieten, die hier jeweils stehen, den Erkundungsfortschritt stehen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich bin etwas schockiert gewesen, wie wenig das teilweise ist. Ich habe jetzt keine Karten oder irgendwas genutzt, nichts, was im Internet war, sondern ich habe natürlich alles nur freigespielt, ohne mich spoilern zu lassen. Aber trotzdem 64 Prozent bei Sternenfalltal, das war schon ein wenig schockierend. Also, da sieht man dann, wie viel Arbeit man hier und da noch vor sich hat, beziehungsweise wie viel dann in diesen Gebieten auch noch an Truhen, versteckten Quests oder entsprechenden Rätseln zu erwarten ist. Sehr, sehr feine Sache. Ebenfalls auf der Map zu sehen ist das neue Hearts Limit. Das waren vorher 120, jetzt haben wir 160 Hearts zur Verfügung, die wir hier verballern können. Also, feine Sache. Wir könnten ein bisschen mehr Hearts raushauen und damit etwas einfacher leveln, beziehungsweise unsere Artefakte oder was auch immer einsammeln. Ganz wichtige Neuerung, die auch relativ gut angekündigt ist, aber extrem viele Veränderungen im Spiel bringt, ist das neue Reputationssystem. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das bringt nämlich neben schönen neuen Aufträgen auch echt gute Belohnungen mit sich. Ihr könnt Reputation, also Ansehen, in den beiden Städten Liyue und Mondstadt sammeln. Dazu müsst ihr zum jeweiligen Ansehens-NPC gehen. In dem Fall ist es der Logistiker des Ordo Favonius in Mondstadt. Das ist dieses tolle Dreieckssymbol. Ich zoome nochmal ein bisschen raus und dann gehen wir runter nach Liyue und da sehen wir dieses Symbol hier ebenfalls. Da ist es die Sekretärin des Rats für allgemeine Angelegenheiten in Liyue. Und wenn wir dort hingehen, können wir, viele von euch werden sich da direkt einiges freischalten können, weil sie ja schon ein bisschen was geleistet haben, dann können wir für entsprechende Aktionen, die wir in dieser Stadt machen, Reputation, Ansehen sammeln. Das Ansehen sehen wir hier unten links. Das ist bei mir jetzt nur bei Stufe 2. Ich habe da noch nicht so viel einlösen können. Und hier sehen wir dann direkt, welche Belohnungen es auf welcher Stufe gibt. Und die haben es echt in sich. Das sind so, man möchte fast sagen, teilweise so ein bisschen Game Changer. Das ist sehr, sehr spannend. Wir können zum Beispiel auf Stufe 2 die Fähigkeit rausschalten, Erzadersuche im Gebiet rund um Mondstadt zu machen. Dafür müssen wir zum Schmied gehen mit dem Reden und der zeigt uns auf der Karte, wo wir entsprechende Erzadern finden. Wir können hier zum Beispiel Windfängerflaschen bauen, wenn wir das Rezept lernen. Und mit diesen Windfängerflaschen können wir diese, wie heißen die gleich, die Anemokraner, da sind sie, die da manchmal rumschwurbeln, mit denen man diese Windfelder erschaffen kann. Die können wir dann einsammeln, in der Tasche mit uns führen und dann zur gegebenen Zeit eben auslösen. So können wir dann leichter höhere Positionen erreichen. Im Kampf allerdings ist das nicht einsetzbar. Darüber hinaus gibt es gute Rezepte hier, die wir lernen können zum Futtern. Es gibt natürlich auch ein wenig Deko sozusagen. Wir können neue Banner für unser Profil hinterlegen. Es gibt einen Nahrungsbeutel, der wiederum kann dann direkt im Kampf oder auch beim Laufen Nahrung einsetzen lassen. Ihr müsst dann nicht mit B ins Inventar, in den Nahrungsreiter und da dann auswählen, was ihr trinken, was ihr essen wollt oder was auch immer. Sondern ihr könnt das direkt on the fly machen. Entweder ein herstellendes oder ein wiederbelebendes Nahrungsmittel ist da verfügbar. Ich glaube Bufffood nicht. Da bin ich mir aber nicht ganz 100% sicher. Vielleicht wisst ihr da mehr gerne in die Kommentare. Habe ich noch nicht ausprobieren können. Und auf Stufe 8 habt ihr dann die himmelblauen Windschwingen. Also einen neuen Skin für den Kleiter. Jetzt speziell für Mondstadt. Die ganzen Stufenanstiege kriegt man hin durch Missionen, die wir in den jeweiligen Städten dann machen. Zum einen Kopfgeldjagden, die wir hier entsprechend annehmen können. Das sollte man einfach immer direkt machen, weil manche sind ja nebenher dann erledigt. Und da können wir dann entsprechend mit Zielinformationen ausgestattet auf Jagd gehen. Gibt dann entsprechend Punkte plus ein bisschen Mora noch als Belohnung. Die Hauptbelohnung in diesen ganzen Sachen sind allerdings zumeist eben die Punkte, auf die man es absieht. Aber man kann sich ein bisschen Mora nebenbei verdienen. Da kann man dann noch zu bestimmten Personen, die man meistens schon aus der Story ein bisschen kennt, gehen und zusätzliche Aufträge annehmen. Das sind jeweils entsprechend Wochentasks. Die Welterkundung selbst gibt auch entsprechend Belohnungen. 20, 40 und 60%. Darüber hinaus bisher keine. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Wäre natürlich schön, wenn man dann nochmal bei 80 und 100% eine Zusatzbelohnung kriegt. Und innerhalb von Mondstaats gibt es natürlich viele Aufträge, die ihr erledigen könnt. Einige hat man wahrscheinlich schon erledigt. Da könnt ihr direkt die Belohnung einsacken. Andere sind noch offen. Und da ist dann natürlich auch nochmal entsprechend angebracht, da hinzugehen. Gibt immerhin 20 Pünktchen. Und so kann man dann nach und nach Woche für Woche dann einige Zusatzpunkte machen und die Stufe steigern. Wir schauen uns auch nochmal, weil es sehr, sehr interessant ist. Die Belohnungen in Liyuean. Dort gibt es das, was für die meisten von euch wahrscheinlich das wichtigste Item ist aus dem neuen Reputationssystem. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo es nochmal zur guten Frau ging. Ich glaube hier lang. Und zwar handelt es sich dabei um das kondensierte Harz. Man kann jetzt, wenn man denn in Liyue einen gewissen Rang erreicht hat, hier unten steht die gute Frau, das kondensierte Harz herstellen. So, und das schauen wir uns hier mal ganz kurz an. Da sehen wir die Belohnungen hier. Und das angereicherte Harz gibt es dann entsprechend als Rezept schon ab Stufe 3. Also da, wo ihr in Mondstadt den Windbeutel daher bekommt, habt ihr jetzt hier entsprechend das angereicherte Harz. Mit diesem ausgestattet könnt ihr dann statt dem normalen Harz, welches ihr ja hier oben auf Vorrat habt, das angereicherte Harz an den entsprechenden Aktionen ausgeben. Beispielsweise, wenn ihr hier an dieser Blume seid. Ihr werdet, um das herstellen zu können, sowohl Harz verbrauchen, als auch wahrscheinlich die Kristallkerne, die ihr von den rumschwurbelnden, feenartigen Wesen bekommt. Und mit 40 Harz und dem einen oder anderen Kristallkern könnt ihr dann ein kondensiertes Harz herstellen. Wenn ihr das einsetzt, erhaltet ihr statt, in meinem Fall 36.000 Mora, die doppelte Menge, also 72.000 Mora. Und so ist das dann entsprechend aber auch in den Sphären, bei den Artefakten oder wenn ihr in der Sphäre seid mit Hochstufungsmaterialien und dergleichen oder bei Bossen. Ihr bekommt entsprechend die doppelte Menge an Belohnungen. Lohnt sich also, das kondensierte Harz herzustellen, insbesondere dann, wenn man vielleicht nur mal ganz kurz einloggt, um mal schnell, was weiß ich, was zu gucken und gar nicht dazu kommt, jetzt hier Harz auszugeben. Dann eben schnell ein bisschen kondensiertes Harz herstellen, bevor hier das dann eben vollläuft und quasi ihr Harz verschenkt. Also immer mal schauen, wie viel man hat. Ab und an mal ein Fläschchen davon herstellen. Ihr verliert dadurch nichts. Im Gegenteil, ihr könnt dann mit einer Aktion den doppelten Loot quasi rausbekommen. Das spart am Ende schon einiges an Zeit. Wir haben jetzt auch noch eine sehr geile Neuerung, die wirklich nur ganz am Rande zu sehen ist in den Patch Notes, aber die ich persönlich richtig, richtig gut finde. Wir gehen dazu mal ganz kurz zur Abenteurer-Gilde. Und zwar können wir in der Abenteurer-Gilde ja, wie ihr wisst, Leute, die wir momentan nicht im Einsatz hatten, so war es zumindest bisher, auf Erkundung schicken. Und das hat sich jetzt insofern geändert, als dass ihr auch die, die ihr aktiv im Team habt, auf Erkundung schicken könnt. Also oder anders ausgedrückt, die Leute, die auf Erkundung sind, könnt ihr nach wie vor aktiv in eurem Team haben. Zum Beispiel habe ich hier jetzt Fischl und den guten Bennet in Mondstadt unterwegs, weil die in Mondstadt, in diesem Gebiet, auch einen entsprechenden Vorteil haben und weniger Zeit brauchen, um die Sachen nach Hause zu bringen. Das sehen wir hier, die sind noch 16 Stunden unterwegs, die sind noch 11 Stunden unterwegs, sind aber gleichzeitig losgeschickt worden für 20 Stunden. Also, da spart ihr dann entsprechend Zeit oder bringt mehr Ertrag mit nach Hause, indem ihr dann die richtigen Helden dort entsprechend losschicken könnt. Und zur Verdeutlichung, ich kann jetzt hergehen und obwohl Bennet gerade im Einsatz war, wie wir gesehen haben, kann ich ihn hier in mein Team reinrufen und ihn aktiv steuern und entsprechend mit ihm die Abenteuer machen. Also, sehr geile Sache, auf jeden Fall nutzen, weil man dann eben die entsprechenden Buffs der Charaktere gezielter einsetzen kann. Dazu gibt es noch eine Kleinigkeit, die aber auch ganz nett ist. Wenn ihr Escape drückt, habt ihr ab sofort das Figurenhandbuch. Falls ihr also mal Informationen sucht zu bestimmten Figuren, dann könnt ihr euch hier entsprechend, was weiß ich, zum Beispiel Klee nochmal anzeigen lassen oder was weiß ich, ihr wollt wissen, ob sich Razer wirklich lohnt, dann könnt ihr hier auf die Details gehen und euch Sternbild, Talente, die allgemeinen Daten und die Attribute, na gut, Attribute macht keinen Sinn, aber Sternbild und Talente entsprechend gut anschauen, um euch dann klar zu werden, ob ihr auf den beispielsweise ziehen wollt oder ob ihr doch lieber wartet, bis andere im Angebot sind oder was auch immer. Also, Figurenhandbuch ist eine schöne Kleinigkeit, finde ich, die durchaus sehr, sehr viel Sinn machen kann. Abschließend kommen wir jetzt dazu, dass es noch zwei Gutscheincodes aktuell gibt. Für alle, die an der PlayStation 4 zocken, es ist endlich soweit, dass ihr auch diese Gutscheincodes einlösen könnt. Einige haben geschrieben, die PlayStation 4 Spieler gucken mal wieder in die Röhre und dergleichen. Soweit ich weiß, haben die PS4 Spieler dafür zusätzliche Belohnungen via In-Game-Mail bekommen. Insofern, glaube ich, hat jeder auch bisher dasselbe erhalten. Aber jetzt könnt ihr auch diese Gutscheincodes einlösen. Insofern aufgepasst, dann habt ihr da entsprechend dann auch gutes Zeug im Postfach. Also, vorweg, ihr könnt, wenn ihr Escape drückt, dann unten auf Einstellungen geht und dort dann auf Konto einen Gutscheincode einlösen. Ich weiß nicht, ob an der PS4 das Menü ähnlich ist oder ob ihr an einer anderen Stelle Gutscheincode einlösen habt. Sucht gegebenenfalls ein bisschen rum oder fragt Google. Ich kann jetzt natürlich nur zeigen, wie es am PC aussieht. Ich denke aber mal, an der PlayStation 4 wird es ähnlich aussehen. Irgendwo in diesem Hauptmenü sozusagen wird es sicherlich zur Verfügung stehen. Und dann haben wir zwei Codes. Der eine ist GenshinGift. Zusammengeschrieben GenshinGift. Und der bringt euch... Lass mal kurz schauen. 50 Urgestein und dreimal eines Heldenweisheit. Habe ich auch noch gar nicht eingesammelt. Und dann haben wir noch den Code Genshin1111. Also Genshin und viermal die Eins. Der gibt dann wiederum 60 Urgestein und 10.000 Mora. Insgesamt also einmal 110 Urgestein plus ein bisschen Gedöns für Umme. Nicht vergessen, einlösen. Wenn ihr auf anderen Servern unterwegs seid als im europäischen, kann es sein, dass die Codes abweichen. Auch da dann Google-Fragen. Das war jetzt halt für die europäischen Server. Ich weiß nicht, ob es da wieder Unterschiede gibt oder nicht. So, also. Das sind die neuen Codes. Wie immer sind die Pi mal Daumen eine Woche nur verfügbar beziehungsweise gültig. Falls ihr dieses Video also zu einem deutlich späteren Zeitpunkt seht, nicht verzagen. Es gibt bestimmt auch wieder neue Codes. Einfach mal gucken. Vielleicht ist mittlerweile auch ein neues Video auf meinem Kanal dann erschienen in der Zwischenzeit mit den neuen Codes. Oder weiteren Tipps und dergleichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr freuen und mir auch sehr helfen. Und dann sehen wir uns doch am besten im Livestream. Heute um 16.30 Uhr direkt wieder. Oder eben in einem anderen Video zu Genshin Impact. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Erfahrungen habt, irgendwelche Eindrücke vom Patch, irgendwas, was ich hier vergessen habe zu erwähnen, haut es in die Kommentare. Wir sehen uns. Macht's gut. Und ciao. Bennys Adventure Team, assemble! Yeah!